Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Fahrgestellnummer nicht programmiert oder nicht kompatibel, ECM-PCM. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Diagnosefehlercode DTC, der für viele OBDI-Fahrzeuge gilt, ab 1996. Dies kann Fahrzeuge von Ford, Hyundai, Toyota, Lotus, Dodge, Ram, Honda, Cummins und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren, wenn ein Code P0630 gespeichert ist, bedeutet dies, dass das Motorsteuergerät ECM oder das Antriebsstrangsteuergerät PCM die 17-stellige Fahrzeugidentifikationsnummer WIN nicht erkennt, jedem in Nordamerika produzierten Fahrzeug wird eine Fahrgestellnummer zugewiesen, Diese Reihe von Zahlen und Buchstaben gibt das Herstellungsland, das Jahr, die Marke und das Modell des Fahrzeugs sowie alle Sonderausstattungen und die Motorgröße den Motortyp an. Die letzten sechs Ziffern am Ende der Fahrgestellnummer geben die Reihenfolge an, in der jedes Fahrzeug hergestellt wurde, keine zwei Fahrzeuge haben genau die gleiche Nummer, seit der Einführung von OBDI-Diagnosesystemen wurde die Fahrgestellnummer in jedes ECM-PCM programmiert, nachdem es im Fahrzeug installiert wurde, andere Steuerungen können ebenfalls so programmiert werden, dass sie die Fahrgestellnummer erkennen, ein Bundesmandat verlangt jedoch, dass das ECM-PCM als solches programmiert wird, der Hauptgrund für das Bestehen der Regierung und der Autoindustrie darauf, dass das ECM-PCM so programmiert wird, dass es die Fahrgestellnummer erkennt, besteht darin, den Diebstahl von Fahrzeugen und Steuerungen zu unterbinden und Manipulationen am Kilometerzähler zu verhindern, Systemsteuerungen können nicht zwischen Fahrzeugen ausgetauscht werden, ohne für das Fahrzeug programmiert zu sein, die Fahrzeugkilometerzahl ist ebenfalls im ECM-PCM programmiert, wenn die Steuerungen zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht werden könnten, wären die Kilometerstände weitaus ungenauer, wenn nicht völlig unzuverlässig, wenn ein ECM-PCM ausgetauscht wird, muss es unter anderem mit dem Kilometerstand und der Fahrgestellnummer des Fahrzeugs programmiert werden, wenn das ECM-PCM die Fahrgestellnummer nicht findet oder erkennt, wird ein Code P0630 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel, leuchtet möglicherweise auf, das ECM-PCM sucht nach der Fahrgestellnummer, wenn der Schlüssel eingeschaltet und der Selbsttest ausgeführt wird, In den meisten Fällen funktioniert das ECM-PCM ohne WIN-Erkennung nicht, Foto eines PCM mit abgenommener Abdeckung, was ist der schwere Grad dieses DTC, da das ECM-PCM ohne WIN-Erkennung wahrscheinlich nicht funktioniert, sollte ein gespeicherter Code P0630 als schwerwiegend eingestuft werden, was sind einige der Symptome des Codes, Zu den Symptomen eines P0630 Fehlercodes können gehören, keine Startbedingung, das Fahrzeugsicherheitssystem kann aktiviert sein, andere Diagnosecodes werden wahrscheinlich gespeichert, was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes, Ursachen für diesen Code können sein, ECM-PCM Programmierfehler ECM-PCM zwischen Fahrzeugen ausgetauscht oder ersetzt, ohne richtig programmiert zu sein ECM-PCM Fehler Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0630? Im Gegensatz zu den meisten anderen gespeicherten Codes hängt der P0630 normalerweise mit einem ECM-PCM Fehler oder einem Programmierfehler zusammen, aufgrund der heiklen Natur bestimmter Parameter, die in das ECM-PCM programmiert werden müssen, Fahrgestellnummer und Kilometerstand, muss der Zugang zu Umprogrammierungsgeräten auf qualifiziertes Personal beschränkt sein, ohne die Mittel zur Neuprogrammierung der betreffenden Steuerung ist eine erfolgreiche Reparatur sehr unwahrscheinlich, Sie benötigen einen Diagnosescanner und eine zuverlässige Quelle für Fahrzeuginformationen, um eine vernünftige Diagnose eines Codes P0630 zu erhalten, verwenden Sie die Fahrzeuginformationsquelle, um nach zutreffenden technischen Service-Buildtanks, TSB zu suchen, wenn Sie einen TSB finden, der der Marke und dem Modell des Fahrzeugs, den gezeigten Symptomen und dem gespeicherten Code entspricht, hilft es Ihnen, in die richtige Richtung zu weisen, ich würde den Diagnosescanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss anschließen und die Fahrgestellnummer lesen, wie sie vom ECM-PCM wahrgenommen wird, vergleichen Sie die Fahrgestellnummer des Diagnosescanners mit der tatsächlichen Fahrgestellnummer, untere Fahrerseite der Windschutzscheibe, wenn das geätzte Windtag nicht mit der auf dem Scanner angezeigten Win übereinstimmt, vermuten Sie, dass das ECM-PCM von einem anderen Fahrzeug ausgetauscht wurde, wenn die Fahrgestellnummer nicht im Scanner angezeigt wird, vermuten Sie, dass das ECM-PCM ersetzt wurde, ohne es passend zum Fahrzeug zu programmieren, ist dies nicht der Fall, können Sie einen ECM-PCM-Fehler oder einen Programmierfehler vermuten. In einigen Fällen können Ersatz-ECM-PCM für den Ersatzteilmarkt, die entsprechend dem betreffenden Fahrzeug neu programmiert wurden, erworben werden. Wenn dies möglich ist, müssen Sie dem Teileanbieter den Kilometerstand und die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs sowie alle anderen relevanten Daten mitteilen. Leider gibt es keine narrensichere Methode zum Testen des ECM-PCM, es ist jedoch relativ sicher anzunehmen, dass, sofern kein Kontrolleraustausch ohne ordnungsgemäße Programmierung erfolgt, ein Kontrollerfehler aufgetreten ist, jeder Austausch des OBDI-Controllers erfordert wahrscheinlich eine Neuprogrammierung.